Eise bis hierher. Der Fürst des Schwarzen Steins ist verschwunden. Sein Lächeln, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Findest du die Kraft, um das dritte Königreich wieder herzustellen? Oder werden deine Brüder auftauchen? Sei gegrüßt, Mitreisender. Gegrüßt, Gegrüßt! Gegrüßt, Gegrüßt, Gegrüßt! Gegrüßt, 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 Gegrüßt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe den Schlüssel, Krähenvater Dann darfst du endlich den Quell der Seelen betreten. Aber bist du einmal dort, kommst du auf diesem Weg nicht mehr zurück. Ich bin so weit gekommen, Krähenvater. Ich kehre nicht um. Dann sei gewarnt, Reiter des Todes. Eine dunkle Wesenheit bewacht den Quell und die Saat des Verderbens windet sich darin. Der Quell ist verdorben. Ja, doch nicht auf namenlose Art, wie du es bislang erlebt hast. Nein, das Verderben hat einen Champion erkoren. Eine Stimme, die ihren Ruf zum Aufstand erklingen lässt. Dann werde ich das zu Ende bringen. Hier und jetzt. Vergiss nicht, was du erfahren hast, Reiter. Verderben ist das Ende aller Dinge. Selbst des Todes. Der Baum, die Schlüssel, der Quell. Warum habe ich den Eindruck, dass du mich prüfst? Du prüfst dich selbst, alter Freund. Wegen dem, was du getan hast. Wegen dem, was du tun musstest. Und jetzt stehst du vor der ultimativen Prüfung. Wirst du den Tod bringen? Oder Leben geben? Wegen dem, was du geflogen hast. Verderben? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.